Ist es empfehlenswert, in der Moschee für die Schule zu lernen? Empfehlenswert sagst du jetzt, mit Lohn verbunden. Darüber habe ich nie etwas gelesen oder gelernt oder gehört. Deine Absicht, wenn du aber sagst, ich möchte, anstatt dass ich zur Uni gehe oder in die Schule oder zur Bibliothek, wo es Fittner gibt, wo ich vielleicht meine Gebete verpassen werde, ich lerne lieber in der Moschee mit dieser Absicht. Ich möchte so lange in der Moschee sein und auf das Gebet warten. In der Zwischenzeit mache ich Mathe-Deutsch, dann wirst du für diese Absicht belohnt. Aber dass du jetzt einen super Segen bekommst und alles einfach fällt, du lernst super schnell auswendig, hast gleich die Lösung dafür, weil du in der Moschee bist, vielleicht bei dir. Vielleicht klappt es, aber ich habe noch nie etwas darüber gesehen oder gelesen. Aber Allahu A'lam, mit dieser Absicht ist es eine gute Sache. In der Moschee zu gehen. In der Moschee zu gehen. Ja, der Geron